alles nur tun zu 6 und 8 sicherlich willkommen zu Outlast 2 zu Part 9 und 20 Romana echt was kann ich denn da bitte schon als na ok, muss ich mir das mal überlegen ähm was ich dann dafür jetzt dann halt noch da als Titel dafür schreib Entschuldigung, dass ihr euch das ein bisschen das angucken müsst, aber besser wenn ihr euch ein bisschen was davon angucken könnt, dann könnt ihr ein bisschen was lernen vielleicht wie man sowas richtig macht, wenn man eine Frau hat oder auch nur Gleichgeschlechter vielleicht ein Beispiel mal drinnen und ähm ja ah ok, ich weiß wie ich den Partner die geil ähm so äh, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, Leute wirklich, das hätte ich jetzt echt so gerade nicht gedacht so gerade jetzt nicht gedacht dass wir jetzt wirklich tatsächlich mehr Parts schaffen als wie es da ähm gedacht ist hätte ich jetzt echt nicht gedacht, Leute ohne Witz wir schauen uns dieses Schauspiel noch ein bisschen an und dann gehen wir auch weiter so boah wenn ihr sowas seht, kriegt ihr doch selber Lust drauf auf das, was die gerade machen stimmt's das sind denke condition Was denn Video ich weiß nicht chezig sh ich weiß nicht weiß nicht weil es ist gefilmt davon jetzt erst mal die notgeilen, hoffentlich haben wir jetzt mal ein paar notgeile Leute oder hier ist so ein paar befriedigt damit aber das reicht jetzt erst mal boah okay und dann äh warte mal, was heißt äh hallo okay, ich kann grad gar nichts machen boah boah Blaik oder was los? da drüben muss ich Lynn, Lynn, ich bin hier! oh Gott! boah, jetzt kommt die Salle wieder das wird so schlappern kommt selber an, macht das jetzt Geschrei! Perfekt! So! Und? Und? Dann haben wir uns da extra ein bisschen mehr Zeit gelassen mit dem Ganzen hier. Und jetzt geht's hier weiter. Boah. Okay, wir sind wieder jetzt ganz normale Schulkinder. Boah, Alter, die zieht mich mit sich mit, ey, die olle. Nudel. Jessica. Was geht ab bei dir, Jessica? Was ist denn hier denn los? Du kleines Luder, du freches. Oh, Jessie. Boah, in der Cafeteria sind wir gewesen. Hier in der Küche. Ich weiß nicht, warum du so precious darüber bist. Hat Lynn gefragt, dich zu fragen? Ich fragte erst. Hm. So, ich weiß nicht. Herr, shut up. Du bist... Sieht so schön aus der Cafeteria raus, Alter. Was geht bei euch denn ab? Hey, wo willst du mit mir hin? Mensch, Jessie, wo willst du mit mir hin, Jessie? Ich weiß nicht. Ich wollte nur wissen, dass du auch ein Nerd bist. Ich weiß. Ey, Jessie, was ist los mit dir? Na, wir sind ja in der Schule. Hä? Wir spülen Jessica? Hä? wo ich ihn dünchen dieses klasse Luder und es kommt aber was der Schulzeit so müssen ja was mich an der Hand nimmt und nicht im Moment hin schlägt das ist das nicht gut gefunden um nicht die Kinder kann sein die Sonnenschläge in der Klinik Kampfer zwei Reit Oh mein Gott. Kann ich auch nicht sagen. Oh mein Gott. Was, Pater? Lauter Milch. Was bist denn du für ein krankes Schwein? Hey, sei doch gut. Hey, Digga, du bist nicht mehr normal, Alter. Dass du hier eine Ding unterhast, das Geschirr ist erreicht. Ich will nur uns Freunde sein. Niemand ist noch in Ordnung. Oh, ja. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Go. Nee, ich will nicht gehen. It wasn't like that. And what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God. Let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away. You're not a crazy idiot. Du bist so ein kleiner Drecksack. Ich weiß nicht, was du fachst, du perverse Sau. Du bist einfach ein kranker Idiot. Ey, du willst doch gar nicht beten, du Idiot. Alter, mach die Tür auf. Arschloch. Entschuldigung, dass ich gerade mit solchen Wörtern komme, aber trotzdem. Entschuldigung. Ja, ich hab keine Kamera mehr, klar. Nee, ey, was ist das? Responsibility. Respekt, ja, klar. Wie kannst du jemanden respektieren, Alter? Du kannst den Perl mal respektieren, Alter. Was macht dieses Schwein da drin? Hier nochmal. 106. Jessica! Jessica! Meine Güte, das ist so ein Schwein, Alter. Ey, dem könnte echt die Fresse weggehauen, ey. Von wegen, es passiert nämlich nichts, ey. Da kann er von Leichtigkeit reden, Alter. Von wegen, es passiert nichts. So ein Schwein, Alter. Rennen kann ich auf alle Fälle, okay. Tut mir leid, Jessica, ich kann dir nicht helfen. Ich würde gerne helfen. Ich würde doch zum anderen Lehrer jemanden melden, ne? Aber es sind keine anderen Lehrer da in der Dunkelheit hier. Was soll ich machen? Wo ist der Ausgang? Alles ist dunkel. Meine Güte, wo ist der Ausgang? Alles ist dunkel. Oh, Digga. Jessica! Ich komme, Jessica! Jessica, ich komme, halte durch. Jessie! Ja, ich komme, ich bin noch nicht weg. Ich bin hier. Du Drecksack, lass die Finger von hier weg. Du mieses Sau. Du krankes Schwein. Komme, komme, komme. Ich bin hier, ich bin hier. Nein, Jessica. Du verdammter Drecksack. Ich weiß nicht, was du denkst, du sahst. Du verd... Jessica, nein. Du verdammter Drecksack, ey. Boah, ich hau die Bab. Komm, lauf. Wechsel die Wallerien, lauf. Komm, die Wallerien, lauf doch einfach, man. Ich sehe hier nichts, deswegen... Oh, das scheiß Ding. Lauf. Äh, hier runter, okay. Jetzt gucken, dass wir hier schon rauskommen, ja. Äh, ne, hier geht's nicht lang. Ja, geh doch doch durch. Ach du, Pinner, was machst du? Geh doch doch einfach durch, Alter. Was bist du für ein Idiot, Alter? Schnell raus aus der blöden Mine, Alter. Hier stößt alles ein, ey, verdammte Fuck. Lauf. Lauf, Digga, lauf. Es hat gespeichert, lauf. Mach dich auf. Da ist Lynn. Lynn, alles okay? Komm hoch, Lynn. Du bist schwanger. Nein, Lynn. Oh Gott, wir sind aus der Mine hier draußen. Gut gemacht, Lynn. Du hast es geschafft, Lynn. Wir sind Gott sei Dank aus der... Wir sind Gott sei Dank aus der... Soll der... Mensch, nein, nice. Oh Gott, drauf her, halt, nee. Scheiße, Alter, Digga, ey, wirklich, ey. Das ist doch scheiße, Alter. Boah, ey. Okay, ich hab keine Batterien mehr. Das ist die letzte, die müssen wir uns das echt einsparen, die Bilderbatterie. Müssen wir uns das echt einsparen, hiermit. Oh, Digga, ey. Okay. Damit würden wir jetzt kein... Okay. Wir lassen... Wir hauen noch ein bisschen Zeit raus, machen noch ein Part mit so einer Minute. Und dann hauen wir das alles raus. Komm schon, Lynn. Gott sei Dank, ich bin abgehauen. Okay. Alles gut, Lynn. Alles gut. Ich lass die mal nachher jetzt aus, weil ich heb mir die jetzt auf. Ja, perfekt. Es speichert hier auch noch, super. Ich schau mir jetzt das mal an. Wir sind draußen. Ich hab Jesse. Komm. Oh Gott, Alter. Oh Gott, ich hab dich jetzt hier ein bisschen rumzwitschen mit den ganzen Dingen hier ein bisschen rumgehe. Aber das könnte ich alles selber hier durchlesen. Weil jetzt so viel Dinge dabei, wo ich so nicht habe. Oh, leise haben wir ein bisschen was gesehen können, natürlich, so wie ich das schon mal... Also, wir kommen uns erstmal alles, was hier ist an. Wow, hier haben wir bloß... Alter. Hier an der Stelle haben wir bloß eins verpasst. An der Stelle haben wir nur ein einziges verpasst. Geil. Okay, gucken wir es an. Kapitel 11. Okay, das könnt ihr jetzt erst durchlesen noch. Dann hier. So. Scheiße, hab mich einmal der Aufzug erschlagen, ey. Da hab mich auch noch einmal tatsächlich der scheiß Aufzug erschlagen. Kommt, glaub ich. Nein, wir gehen jetzt erstmal hier das bisschen durch, dass wir überhaupt das noch so von den Minuten, was wir da haben, noch voll kriegen. Dann mach ich noch die... Mach ich noch... Den 21... Mach ich nochmal ein 21 Minuten lang. Dann mach ich noch ein 21 Minuten voll. Und dann... Machen wir wahrscheinlich dann nur noch... So ein paar mit 18, 19 voll. Aber dadurch, dass es aber voll wird, gehen wir hier so ein bisschen durch und... Oh Gott, und hier fehlt uns auch noch eins. Egal, das ist ja nicht schlimm. Gucken wir uns das mal an. Boah, Digga, ey, das ist nicht mehr normal. So. Ja, hier haben wir... Die haben wir vor... Wir haben aber... Sechs Sachen fällt nicht gefunden. Hier zwei. Und hier haben wir wieder eins nicht gefunden, aber jetzt ist egal. Passt mal endlich. So, gucken wir uns mal das an, weil wir das haben wir uns noch nicht angeguckt gehabt. Okay. Boah, er kann trotzdem noch reinzoomen, das ist alles. Okay. Noch ein Ries. So, wenn man da gar nichts zieht, das ist doch blödsinnig dann. Was nimmt der was auf, was nicht zieht? Wenn es nur so ein Blitzgeräusch gibt, das frag ich mich bloß. Was bringt das ein? Da war drei Sachen nicht gefunden. Okay, durch das haben wir so fast alles. Das ist ein Zirkus hier. Gott sei Dank. Diese Menschen sind tot, bevor sie getötet wurden. Okay, so... Oh, okay. Ja, nur eins verpassen. Die Quatsch, zwei haben ja verpasst von den Lingen. Meat hung der Cure. Hocks durch die Kühle-Tennen. Boah, ja, ja, da ist nix mehr halbar gemacht. Das ist ein Fleisch für die Kürze. Die Hände durch die Kürze. Ach ja, von wegen was halt war zu machen. Ist halt auch gestört, Alter. Da oben ist noch was im Video. Die Kürze. Die Kürze ist supposed to be Sanctuary. Hier fehlen wieder drei Stück. Hier fehlt auch wieder nur eins. Könnte ich angucken hier und selber durchlesen. Ja, nur noch mehr. Sehr klar. Ey, ohne Witze. Wie kann man da so überhaupt was reinschreiben? Ich will das Wort nicht in den Mund nehmen. Aber die anderen haben es ja auch gebracht, aber ohne Witz. Wie kann man hier bitteschön das Wort ficken? Mit reinnehmen. Alter, ey. Sorry, wirklich. Dafür fällt mir echt grad gar nichts ein, dann. Nein, weil das überall fast in jedem Ding drin steht. Hey, das ist nicht normal, ey. Jesus, ey. Das ist nicht wahr, ey. Ja, siebte er nur. Ja, 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 ja. Schön, siebte er nur. Da fällt auch wieder nur eins. Okay, hier fehlt auch nur eins. Was sagen Sie bei dem? So, gut. Und wenn ich jetzt den Part wieder sehe, den nächsten Part wieder. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.